Sie wollen Reschmutz-Partikel auf Ihrem Filter analysieren und dabei umfassende Informationen Ihrer metallischen, nichtmetallischen, anorganischen und organischen Teilchen gewinnen und diese kombinieren mit Erkenntnissen über die Art und Materialklassen prozesskritischer Partikel? Mit der korrelativen Partikelanalyse von Cal Size erledigen Sie diese Aufgabe im Handumdrehen. Definieren Sie Ihr Referenzkoordinatensystem am Lichtmikroskop. Detektieren und analysieren Sie alle kontrastierbaren Partikel auf der Filtermembran. Speichern Sie diese mit Ihren Referenz- und Partikelkoordinaten ab. Wechseln Sie zum Elektronenmikroskop. Selektieren Sie interessante Partikel. Relokalisieren Sie diese vollautomatisch. Mittels EDX generieren Sie zusätzlich Informationen über die chemische Elementzusammensetzung und Materialklassen. Auf Knopfdruck erhalten Sie einen Bericht mit den kombinierten Ergebnissen aus Licht- und Elektronenmikroskopischer Analyse. Diese unterstützt ISO 16232 und VDA 19. Arbeiten Sie bis zu zehnmal schneller als mit aufeinanderfolgenden Einzelanalysen am Licht- und Elektronenmikroskop. Mit der korrelativen Partikelanalyse gewinnen Sie an Sicherheit, schnell und effizient. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.